Sieben Tage wäre das jetzt her. Eine ganze Woche. Am 19. würde sie denken ein Monat, einen Monat später würde sie denken zwei. Dann würde sie sich erst beim vollen halben Jahr wieder an ihn erinnern, dann ein halbes Jahr später. Den zweiten Jahrestag würde sie schon vergessen haben oder sich nicht mal ganz sicher sein, an welchem Tag genau, hatte Mona gesagt. Aber Mona hatte Konrad nie gemocht. Mona hatte auch nicht mit Konrad gelebt. Konrad hatte nicht bei Mona im Bett geschlafen, sein Gesicht auf ihrem Kopfpolster, sein Pfeifen in der Nase an ihrem Ohr. Mona hatte immer behauptet, er stinke. Hatte Konrad nie auf ihren Schoß klettern lassen, nur die Hände in die Luft geworfen und gerufen, sofort runternehmen, sofort und jede Silbe betont. Dabei hatte Konrad bloß nett sein wollen. Und Konrad hatte auch nicht gestunken. Dreimal die Woche hatte sie ihn unter der Dusche gewaschen. Konrad hatte gerne geduscht. Sie fädelte das Papier von der Rolle, griff in die Feuchttücherbox, versuchte sich zu putzen. Sie kam nur schwer bis nach hinten. Sie drückte auf den Raumspray, einmal, zweimal, zog am Spülkasten und blickte in die Schüssel. Nichts, wie auch. Im Stiegenhaus roch es noch immer nach Kochen, vermengt mit dem nun, was sie gegessen hatte. Sie dachte an das Wort, das seltsame Stuhlgang. Dann heiliger Stuhl, dann dachte sie am Stuhlsägen und Sägewerk, Sägeblatt und Klinge. Sie schüttelte und beeilte sich, wollte niemanden treffen und reden müssen oder schlimmer, jemand sie in Verbindung brachte mit diesem Geruch. An ihrer Tür hingen Werbebroschüren in einem Plastiksack. Jemand war durchs Haus gegangen währenddessen und hatte sie gehört. Sie nahm den Sack und legte inzwischen die Blumenstöcke aufs Fensterbrett. Morgen würde er verschwunden sein und nie würde jemand ein Wort darüber verlieren. Sie öffnete ihre Wohnungstür und in der Wohnung sang eine Frau Oper. Oper, das mochte sie. Was sie nicht mochte war, dass das Gefühl, Konrad würde sogleich herausgelaufen kommen und an ihr hochspringen, sich nicht bewahrheitete. Konrad blieb also tot, dachte sie. Na gut, natürlich war es nicht gut, aber sie hätte auch na dann denken können oder von mir aus. Immer hätte es bedeutet, er wird vermisst. Die Wohnung war düsterer, als es vor den Fenstern schien. Das passte zur Stimmung und zur Musik. Sie setzte Teewasser auf, fiel in den Ohrensessel, schloss die Augen. Operngesang ist traurig und brutal, dachte sie und fühlte sich pathetisch, wusste aber, dass es auch stimmte. Tierkörperbeseitigung. Die, die jeden Tag mit dem Tod zu tun hatten, wussten dennoch nicht, wie sprechen darüber. Als müsste Konrad beseitigt werden. Bloß, weil sie kein privates Grundstück besaß, auf dem sie ihn hätte beerdigen dürfen. Tierkörperbeseitigung wiederholte sie und schnaubte. Konrads Bauch war weich gewesen, wie ein Küken. Zumindest stellte sie sich Küken so vor. Konrads Augen waren alt gewesen und weise. Und die Krallen an seinen Pfoten wie Schuhe auf Parkett. Ob Krallen verbrennen? Oder klopften die Krallen in der Asche an die Wände der Urne, wenn man sie schüttelte? Hätte sie sich für eine Urne entscheiden sollen? Die Fernbedienung drehte die Lautstärke hoch, die Opernsängerin vergrößerte ihren Brustumfang. Nein, beruhigte sie sich erneut. Urnen gaukelten vor, sie wären noch da, waren sie aber nicht.